Junge, ich muss später so hart pissen, ich hab so viel Wasser getrunken. So viel Sportwasser. Und damit herzlich willkommen zum FFA. Okay, wer will meine Begrüßung machen? Was geht, Octobroos? Mein Name ist Octobroos. Skado hat's besser gemacht. Yo, was geht, Octobroos? Herzlich willkommen zu deinem FFA Octo... FFA mit meinen Octobros, Razerbro, Paul Octo und Octopaula. Bros. Yo. Yo, what's up, bros? Yo, what's fucking good? Yo, what's fucking good, my bros? Yo, what's fucking good? Bros. Bros. Timo schon halb am sterben. You have to see this? Scarlet, du hast nur drei Pokémon. Okay. Das ist eine schwere Auswahl. Die Auswahl ist ziemlich schwer, ja. Ihr steht ja da total langweilig da. Was ist mit euch los? Echt, so? Ich bin gewaltbereit. Ich bin langweilig. Das ist okay. Meine Stimme ist auch sehr langweilig. Weil es ihr Soundeffekte braucht, ihr könnt mich gerne buchen. Alles klar. Ich lese gerade Kommentare und alle fragen, was war das für ein Geräusch? Geräusch? Geräusch. Hallo, Leute, Punga. Hallo, in neuen Wald? Guter Name. Das ist sogar ein normaler Name. Jungs. Ich lese auf die Schabelin. Das sind alles normale Namen. Ja. Meine Güte. Das stimmt. Wem bretter ich denn einen rein? Jungs. 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 Warum heißt der Cringer? Das ist der Tiger von He-Man. Das ist die Schwester von Wittelsbach. Das ist die Schwester von Klingel. Wie hieß der, Dude? Wittelsbach. Ach, pack. Ich habe mich verklickt. Ich bin Cringer. Ich habe mich verklickt. Wittelsbach. Warum stimmt zwei Arme da niemals erstens? Nicht neuen Wald kannst du nicht machen. Doch, neuen Wald ist jetzt tot. Was los ist mit Cringer? Ich will Cringer auch gleich. Oh, da kommt eine Kraftreserve. Ich habe mich verklickt. Drache, oder? Nein, das ist sogar eine gute Kraftreserve. Jungs. So, Jungs. Jungs, bitte nicht angreifen. Ich muss faulenzen. Jungs. Aber das ist kein Problem. Ich habe nämlich meinen Blattbandit. Ich liebe den. Bitte gehen wir mit volles Karacho und mit Flammenblitzen. auf den Blattbandit. Bitte nicht. Der schürft in die nächste Generation. Bitte. Könnt ihr nicht machen? Ich kann nicht mal als erster sterben. Der Blattbandit. Jungs, bitte. Ich habe mich verklickt. Ups. Upsi. Hattest du dich? Da bin ich vor den Z-Flammenblitz auf Blattbandit gegangen. 15.000%. Als ob, Jungs. 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 Du darfst eigentlich sterben. Verdammt, ich bin auf Cringer gegangen. Ich meine, ich bin auf Paul gegangen, Paul. Alles gut. Yo. What's on? Der Blattbandit. Ja, ich liebe den Blattbandit. Aber seid ihr auch wirklich bereit für... Das ist ein richtiger Blatt-Halunke auch. Ja, warte, was? Fischwixer. Ja, der Fischwixer. Goldemaru. Wie heißt der bitte? Fischwixer. Oh, wow. Du siehst. Ich dachte, du wolltest nicht mit denen in Verbindung zu werden. Ja, das ist ein bisschen auch rückwärts gemacht. Der dumme Fischwixer, der soll sich mal verpissen. Der richtig wix. Ein günstiger Geboten für Fisch. Pow. Pow. Komm. Go Green. Go Demaru. Der hat richtig die Dings rausgekackt. Aha, ja, hat gekackt. Der alte Fischwixer haut jetzt aber richtig einen raus. Ja, der haut jetzt richtig hier die Fischwixer ins Gesicht. Das ist geil. Geil. Ja. Oh, geil. Super Wasser-Tornado. Ich habe jetzt Super Wassertropfen gelesen. Das hätte sehr unspektakulär geklungen. Jungen, das macht nothing. Super Fischwixer. Super Fischwixer. Was ist denn das? Noch ein bisschen. Das ist das Holtwester Papunger, mein Freund. Ha ha. Ha ha. Du Rabauke, du. Was für ein Rabauke. What's going on? What's fucking good? What's fucking good? Leute, der Fischwixer. Hast du etwa Angst oder was? Ja, dass der Käpt'n Iglo kommt und mich aufschließt. Angst, Potter. Sag mir nicht das Happy Fire. Bitte. Bitte. Nee, das ist wie Boden. Was? Ja. Denk, der wird ziemlich gut. Go demaru. Das ist ja auch nur ein Papunger. Ohi, ohi, ohi. Komm, Paralyse. Ja. Blattbandi. Oh. Ich wix' dich weg. Jungs, bitte. Bitte geh mal auf das Papunger. Voll Parade. Geh du doch auf das Papunger. Geh du doch auf das Papunger. Ja. Aber bitte, geh doch auf das Papunger. Timo und noch drei Pokémon. Geh du doch auf das Papunger. Loil, der sagt, geht auf den und schützt dich dann selber. Ja, aber die Angst hat. Ich bin mit dem Pussy, aber ich stehe dazu. So ein 31er, Alter. Fischwixer, mach den Rest bitte. Tank den. Gut getankt. In a row. Ja. In a row. Das war schon ein bisschen effektiv. Von einem Kred hat gemertert. Oh, lol. Oh, lol. Der Blattbandit hat ja richtig... Oh, lol. Oh, lol. Du kannst mich einfach den Fischwixer töten. Nee, will ich nicht. Ich wollte mich nur gegenhealen. Der saugt die ganze Wixer aus. Das ist ein ganz unartiger, der Blattbandit. Geil. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Der Burma-Dame. Oh, lol. Die Pizza. Die Pizza ist schwul. Kannst du das nicht sagen? Du bist schwul. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen ganz großen Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe zu häufig den Fehler gemacht. Zu glauben, ich hätte einen Fehler gemacht. I'm alright, guys. Das ist ja richtig poetisch. Wo ist mein Laden? Nee, das ist 3+. Wo ist mein Laden? Ich bin richtig poetisch. Go Di Maru! Go Green! Oh, der ist richtig Go Green gegangen, Alter. Machst du jetzt Z-Schutz-Stahl? Der ist richtig Go Green. Schau mal, wie krass der smoked. Machst du echt Z-Schutz-Stahl? Fringante Blütenfracht! Wow. Was kann das für den Pflanzen-Attacke? Go Green. Strauchler. Junge, ich bin ein Käfer-Stahlpuppern. Du hast mich beleidigt. Du hast mich beleidigt. Nein, du hast Bummern aber beleidigt. Ich bin nichts. Wow. War das nicht ein bisschen überflüssig? Nein. Ich wollte einfach den Z-Woofer einsetzen, weil ich weiß, dass ich sterbe. Go Di Maru. Go Di Maru. Oh, lol! Da hat er zu viel gesmoked. Der hat sich ein bisschen was von dem Weep gegönnt, das Go Di Maru gerade verstreut hat. Können wir bitte auf Timo gehen? Das ist ja voll gut, ja. Ich weiß, dass ihr beide Brutalander und Magierner habt, also tut man nicht so scheinheilig, ihr 31er. Was für Magierner, Alter? Wer ist das? Was ist denn bitte ein Brutalander? Was ist Magierner? Verpisst euch zurück nach Russland. Das ist Loco-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko. Ist das eine Anleger, wenn man einen Presden-Spietsen hat? Nein, das ist Loco-Ko-Ko-Ko. Loco-Ko-Ko-Ko. Ja, es geht, ich bin so Loco-Ko-Ko-Ko-Ko. Loco-Ko-Ko-Ko. Nicht Locokodo? Ich habe richtig das crazy Move-Set. Das Grundproblem ist, ich habe halt nur einen Move. Also ich mache halt nichts. Wirklich nichts. Die Burma-Dama ist richtig schlimm. Der einzige, der uns jetzt noch retten kann, ist der Bloodbandit. Ja, ich habe nur nicht sehr effektive Attacken auf euch. Du schaust das Bloodbandit. Wir glauben an dich. Alles klar, Bloodbandit. Das ist ein süßes Sea-Wordel. Wir kriegen das hin. Sea-Wordel. 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 Der Schuss ist halt als ob... Es kann nur Windhose. Es kann nur Windhose. Ich habe auch Windhose. Übertreib mal dich. Ich habe auch eine Pose, die im Winde verweht. Es heißt auch Windhose. Ich habe gar keine Hose an. Da wird es erst. Windhose. Sackt. Penis. Oh, der ist schade. Kann Windhose nicht flinschen? Bitte. Halt's auf. Das ist nicht Burmadame. Oh, please. Platanit. Scarlet, ich bitte dich. Geh jetzt auf Burmadame. Der ist schlimm. Wir müssen Prioritäten setzen. Du kannst nicht Lococo Cocteau angreifen. Lococo? Ne, Lococo. Komm, noch ein Flinschen. La Cucaraccia. La Cococo Cocteau. La Cococo Cocteau. La Cococo Cocteau. Warte rein. Da wird jemand aber ein bisschen greedy, oder was? Mhm. Ja, Lococo Cocteau. Lococo Cocteau. Lococo Cocteau. Na, 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 na. Junge, wie der den aufbist. Oh, das war ja nackt. Oh, 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 oh. Blattbandit. Blattbandit. Ich bitte Sie. Was kann der überhaupt? Ich guck jetzt nach. Du schaffst das. Ich bitte Sie. Bitte. Gehen Sie auf die Burmadame. Rechts neben Ihnen. Blattbandit, du schaffst das. Junge, ich wichse den gleich um, wenn er so weitermacht. Ich bitte Sie nicht. Das ist mein ganzer Stolz. Blattbandit ist mein Sohn. Nein, der ist geboren. Oh, 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 oh. Junge, Alter. Warum? Richtig hart weggekockt. Kannst du nicht machen. Oh, danke. Oh, fuck. Warum denn? Dann nimm doch dieses scheiß Waddle raus. Der hat noch zwei Pokémon. Bitte, Jungs. Aber ich verliere jetzt eh meine Burmadame. Hey, Waddle. Ah, der hat Kalmind. Bitte, Scarlet. Geh doch auf Kalmind. Jetzt gehst du auf Burmadame. Hey, du hast Kalmind. Ist you what I can Kalmind? Ja, kann es. No. Ja, aber wenn ich anfange Kalm zu minden, dann werde ich halt weggekockt. Jungs, in FBAs muss man richtig mindgameig denken. Ja, man geht einfach ganz oft auf Falterreigen. Mindgameig. 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 So, der wird auch noch weggekockt. Du willst mich nur weghacken, weil du weißt, dass du gegen Scarlet gewinnst, du Hure. Hoffentlich voll Parra, Alter. Egal, das tanke ich. Wo guckt du? Gönn dir den. Gönn dir den, die. Tänke ich, tänke ich, tänke ich, tänke ich. Ja, blablabla. Ich hoffe, Scarlet gewinnt. Ich werde gewinnen, Blattbandit schafft das. Was, dein letztes Pokémon? Blattbandit. Er hat nur noch dieses Pokémon, danach gibt er auf. Ja, richtig. Ohne Blattbandit kann er nicht weiterleben. Ich liebe Blattbandit. Das ist mein Junge. Alter, was hast du noch? Das ist mein Junge. Ich habe halt tatsächlich nichts, wenn ich dich angreifen kann, außer Kronenbuket. Blattbandit, du schaffst das, ich glaube nicht. Flöckkennen. Hast du keinen Lichtkanon oder so? Nee. Der hat aber einen Live-Op, der tankt das. Ich sage euch. Blablabla. Der tankt das nicht. Bitte, Blattbandit. Aber er ist jetzt minus zwei, Michi. Du schaffst das. Alles klar, ich geliebe. Für Blattbandit. Für Blattbandit. Mein Sohn, ich werde nicht rechen. Für Wintersheim. Und für Wintersbach. Für Wintersbacher. Leu Mr. Rizzetti. Alter, nein. Ja, GG. GG. Easy. Bitte nicht. Der hat eine richtig gute Attacke. Komm, lass ihn spüren, dass er zweiter ist. Lass ihn spüren, dass er zweiter ist. Soll ich jetzt nochmal disrespekten? Richtig hart. Nein, gewinn einfach. Okay. Sie kriegen mich nie. Verdammt, ich hätte ihn disrespekten sollen. Du wärst ein Z-Boo, oder? Nee, ich wollte auf Delegator gehen. Oh, das wäre ein richtig klasse Disrespect. Bitte geh auf Delegator. Nein, geh nicht auf Delegator. Bitte, bitte, wirklich. Der will dich trollen. Du weißt doch, dass Sergen war auch schon so ein 31er. Nein, ich bin nicht so ein 31er. Du darfst einem FIFA-Hall niemals vertrauen. Nee, Sergen hat meinen Vertrauen komplett gebrochen. Ich vertraue niemandem mehr. Ich wollte auf Explosionen gehen. Der eigentliche Trick hinter dem Set ist, dass er Geo-Fissur hat und Klauen-Wetzer. Aber ich wollte auf Explosionen gehen. Ich bin eine Explosion. Meine Hose ist explodiert, weil ich gewonnen habe. Für Blatt-Bandit. Mein Sohn, ich habe dich gerecht. Ich muss nicht explodieren. Don't talk to me or my son ever again. Alles klar. Timo, musst du dir noch ein neues Wasser holen? Nee, ist noch ein bisschen was drin, aber ich müsste langsam mal Pipi. Ich muss aber... Ich wollte auch einen Schluck trinken. Okay, dann trinkt noch einen Schluck. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wartung nach. Schaut bei den anderen vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hab ich noch irgendwas vergessen? Pipi. Blatt-Bandit. Immer schön dicke Lull-Googeln. Immer schön D-Blatt-Banditen rächen. Ja. Das ist mein Sohn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.